Und das ist einfach eine Symbiose aus diesen zwei genannten Schuhen. Aus dem einfachen Grund, weil wir das Adiprene, also diese Ortholite-Variante, die Gesundheitsvariante von Adidas. Tera Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, willkommen zu einem Video, bei dem die Bildqualität endlich mal wieder nicht so scheiße ist, wie die Audioqualität bei meinen Reaction-Videos. Vielleicht zum falschen Zeitpunkt, denn ja, ich komme gerade direkt vom Training, also dementsprechend mein äußeres Erscheinungsbild, wie immer, ignorieren, war noch nicht einmal duschen. Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt den Vorwurf, dass auf diesem Kanal in letzter Zeit etwas weniger kommt. Das liegt hauptsächlich daran, dass auf meinem Zweitkanal Max a Billion jeden Tag ein Video kommt. Nice, Digga. Also wer da noch nicht am Start ist, nähere Beschreibungen und Informationen findest du unten im Beschreibungslink. Ich freue mich auf dich. Jeden Tag kommt hier ein Vlog aus meinem Leben gegriffen, also für all jene, die auf sinnlosen Content stehen, die sind da absolut richtig am Start. Um diesen sinnlosen Blödsinn aber wieder auszugleichen, gibt es ein sinnvolles Video hier auf meinem Hauptkanal. Ich habe mir überlegt, ich glaube, ein relativ geringer Prozentanteil meiner Zuseher hat jetzt unbedingt das Nötige, um sich Schuhe um 2000 Euro zu kaufen und die jeden Tag zu tragen. Deswegen habe ich mir heute meine absoluten Lieblings-Sneaker unter 100 Euro herausgesucht, die ich euch heute zeige und euch die Vorteile nenne, die diese Sneaker mit sich bringen. Und ich möchte gar nicht mehr länger quatschen, liebe Leute, wir starten direkt mit dem allerersten Sneaker, meinem absoluten Lieblings-Sneaker momentan. Der ist sogar so nice, dass ich überlege, beziehungsweise ich habe mir schon zwei Sneaker gekauft, aber ich überlege mir noch einen dritten Sneaker zu holen. Wir starten direkt mit dem Schuh, der aktuell in so ziemlich jeder Snippies-Werbung vorkommt. Jeder zweite Beitrag ist irgendeine Werbung zu diesem Schuh und das ist zu Recht der Nike Blazer. Ein wunderschöner Schuh, ich weiß nicht warum, aber ich bin einfach jemand, der feiert die Air Jordan nicht so. Ich weiß nicht, bei jedem anderen gefällt mir der Schuh, aber wenn ich die selber anziehe, dann schauen die einfach aus wie Kinderschuhe, ich kann mir nicht helfen. Und High Top Sneaker, da ist einfach der beste Schuh für mich, der Nike Blazer. Der ist einfach von der Form und von der Schlichtigkeit genau der richtige Sneaker, der passt zu jedem Outfit dazu, vor allem mit Cargo-Pants oder einer nicen Jeans, die raufgecroppt wird, ein Traum. Wenn man etwas Klassisches möchte, so wie ich das bei meinen Bläsern gerne habe, dann ist das einfach dieser Original. Wir haben hier einen schwarzen Swoosh, wir haben dann hinten hier nochmal die Nike-Aufschrift, relativ ausgebleicht schon, kommt schon so in der Fabrikation selbst. Dann haben wir hier klassisch an Virgil Erblow angelehnt, der war ja der Erste, der diesen Schaumstoff hier sichtbar gemacht hat, also die Zunge ist offen gelassen, damit man hier, auch schon raus wie ein Chick-Filter, die Zunge, das Schaumstoffmaterial der Zunge erkennen kann. Und wir haben hier vorne noch so ein Wildleder, das natürlich auch relativ schmutzig wird, da ist das Leder noch leichter zu pflegen, in einem Grau gehalten. Für mich ein Top Sneaker, mega bequem, schaut wirklich, wirklich sehr, sehr nice aus, hole ich mir auf jeden Fall ein zweites Mal. Gibt es für unter 100 Euro, also für 99 Euro seid ihr schon dabei. Und ja, das gibt es bei wenig schon, wenn wir uns ehrlich sind. Ich habe mir den Schuh gleich nochmal geholt. Und zwar in so einer Schlangenleder-Alternative. Also wir haben hier, ich zeige das einmal kurz. Na komm, du kleine Sohn! Okay, das wird nichts. Es ist so eine Schlangenleder-Optik. Nein, es ist kein echtes Schlangenleder für all die Idioten, die mir auf Instagram geschrieben haben. Dafür mussten keine Cobra sterben. Das ist nur Kunstleder, Freunde. In Schlangenleder-Optik. Auch die nur 99 Euro. Wie bei den anderen auch schon, haben wir hier wieder diese Schaumstoffzunge, die offen gelassen wurde. Und auch hier nochmal einen Nike Stick mit diesem Schlangenleder-Optik. Also wirklich ein Traumschuh für 99 Euro. Kann man da auf keinen Fall was falsch machen. Trage ich momentan fast jeden Tag. Also ich finde die einfach wirklich, wirklich nice. Weil wir gerade über die Off-White Sneaker gesprochen haben, ich zeige euch die hier nochmal. Das sind die Off-White Blazer. Das waren die allerersten aus der Detent Collection. Die haben hier einiges vorgegeben, wie eben angesprochen schon. Diese Zunge, die allerdings da etwas dicker ist. Wir haben den Nike Swoosh, auch in schwarz, der hier etwas weiter runter geht. Bis zur Gummisohle. Auch hier ein Traumschuh. Wenn man die jetzt nicht unbedingt so auffällig möchte, kann man natürlich die stinknormalen weißen reingeben. Oder auch nice, ich habe auch die Halloween's Eve, also die Orangenbläser. Kann man natürlich diese beigen Laces auch noch mit hineingeben. Schaut sehr klassisch aus mit schwarzen Laces. Man kann sich da wirklich austoben. Auch mit diesen klassischen Schuhen, passen einfach zu jedem Outfit, kann man da noch mit bunten Laces immer wieder eine neue Farbvariation reinbringen. Das war's zum Thema Nike, Freunde. Kommen wir aber zu Adidas, denn auch hier habe ich einen Sneaker rausgesucht, der einfach für mich ein absolut toll gelungenes Endprodukt der Firma Adidas ist. Wir wissen es natürlich, bei Nike ist das nichts anderes. Da werden immer wieder Design-Elemente gerecycelt. So hat das natürlich auch Adidas gemacht und hat den Adidas Oswego herausgebracht. Auch der, ich glaube, der liegt bei 100 Euro vielleicht, nagelt mich nicht fest, vielleicht kosten manche davon auch 130. Es gibt mittlerweile auch schon sehr viele Farbvariationen und unterschiedliche Modelle. Wirklich ein Top-Schuh. Weil hier einfach eine Symbiose gelungen ist zwischen dem Yeezy 350 und dem Yeezy 500. Es wird klarerweise, wenn ein Designer hier Erfolge erzielt, dann werden Design-Elemente wieder verpackt in einen Schuh und für die breite Massen zugänglich gemacht. Und einen besseren Preis, damit man mehr verkaufen kann. Und das ist einfach eine Symbiose aus diesen zwei genannten Schuhen. Aus dem einfachen Grund, weil wir das Adiprene, also diese Ortholite-Variante, die Gesundheitsvariante von Adidas mit ihrer Sohlentechnik, so dass quasi die Gangmodulation des Körpers gefördert wird, die Wirbelsäule gefördert wird. Also es ist ein sehr gesunder Schuh. Wird hier kombiniert mit diesem Moccasin-Look, den der 350er schon mitgebracht hat. Den Kanye das erste Mal in dieser Verbindung zwischen Sneaker und Moccasin verwendet hat. Wird hier verwendet. Ein sehr, sehr toller Schuh, kann ich nur schwerstens empfehlen. Habe ich natürlich auch meiner Oma gekauft, ja, im Sneaker-Shopping-Blog, wer das Video noch nicht gesehen hat. Hier nochmal abchecken. Das sind meine zwei Lieblings-Sneaker der Marken Nike und Adidas aktuell. Also mein Tipp an euch, holt euch diese Schuhe. Fuck, Leute, da liegen jetzt Glasscherben und Dreck. Weil ich mit den Sneakern fort war. Ist stört. Übrigens waren sechs meiner teuersten Paare aktuell in der Reinigung. Der Mike Walter hat ja schon katastrophal ausgesehen. Wer die Schuhe sehen möchte mit vorher und nachher Fotos, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das waren meine Tipps an euch, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn es so war, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schreibt mir bitte noch in die Kommentare, welche eure Lieblings-Sneaker sind aktuell. Vielleicht in einem Preissegment, das für alle möglich ist. Liebe Leute, danke vielmals fürs Zusehen. Nicht vergessen, seid dabei auf meinem Zweitkanal MaxiBillion, erster Link in der Infobox. Hier verwende ich aktuell 90% meiner Energie und Leidenschaft. Also macht mir aktuell mega Spaß. Der Kanal bekommt gerade die meiste Aufmerksamkeit. Ich hoffe, auch zukünftig von euch. Das war es von mir, liebe Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Vielleicht sehen wir uns am Mittwoch wieder ansonsten am Sonntag oder täglich auf meinem Zweitkanal MaxiBillion. Das war es von mir, euer Maximilian.